Nehme ich mal Stealth mit, der ja die 2 relativ gut funktioniert. Was meinst du mit DSL? Achso ja, ja, clever. Ja, ich mein DSL. Ich hätte erst DSL gelesen. Ich habe gepeilt, dass du DSL meinst. Warum die F4 geht steigen? Aha. P51, der Sideclimb geht ja ok. Gehen wir weiter. Handkott. Ja. Nix da. Gehe ich die U87 angreifen? Ich glaube nicht. V100 für I56, aha. Was ist denn das für eine 50er? Die C-Variante, ok. Ich bin ein bisschen unentschieden, ob ich den angreifen soll oder nicht, weil Hauntan ist ja kein Problem für mich, aber hier rüber kommen würde, wo man Zoom auf mich macht, kann das auch ganz schnell ganz ekelhaft werden. Oh, eine E100. Eine FW 190, ja. Ja, Stealth funktioniert ja mal geil. Gar nicht gedacht. Jetzt haben wir ja da oben plant. Noch gar nichts gemacht. P40 geht definitiv ausstallen. Ja, wir müssen genau aufpassen. Ich weiß nicht, also mit EU habe ich in letzter Zeit echt Probleme. Warum auch immer. Also 30er Ping, aber halt 30% Package loss, ne. Also ich weiß nicht, was da das Problem ist, ehrlich gesagt. Ich würde es gerne wissen. Jetzt mir natürlich auch ein Keks geht. Hat auch einen Narren an mir gepressen. Danke, lass mich mit Time Gunner in Ruhe. Neh, nehm ich keinen Wert drauf. Ah, da ist die 109er. Jo. Nix da. Hi, Evil. Na, mir geht's gut. Ja, gestern war schon ganz noch witzig, ey. Wenn ich bedenke, dass ich um 12 einen Friseurtermin hatte. Ja, war das dann doch sehr anstrengend. Hatte ich echt in jeder Runde vier Abschüsse? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn du das sagst, dann... Ja, okay, gut. Ja, ich weiß auch nicht. Letzte Nacht hatte ich echt gut aim, aber... Also nicht heute ist sie wieder ein bisschen... Sag der R und mach dir den Triple Bomber Kill. Äh... Ja, das war jetzt gerade ein bisschen bold. Aber ja. Radieschen, ey. jetzt... Ja, einmal waren fünf dabei. War das sogar die letzte? Bin ich mir nicht ganz sicher. Lief auf jeden Fall echt gut. Also von daher... Ja, der Bomberschreck. Na, er geht irgendwie climben. Will mich dann abschießen bestimmt. So, gleich habe ich auch meine 14 Abschüsse geschafft. Dann habe ich auch diese beschissene 6K-Runde von vorhin ausgeglichen. Mehr oder minder. Neun Punkte hat er jetzt bislang. Herrlich. Soll er machen, was er will, ey? Jetzt kann Bock drauf. Er meint, dass es das wert ist, die ganze Runde nur irgendwie zu steigen, um mich zu kehlen. Okay. Ja, siehst du? Da kommt er. Nicht, dass er sich ja vom Bomber ablenkt. Nein. Ich nicht. E-in-Turn-Fight mit mir probier's. Ah, und tschüss, danke. Und da kommt wieder der Typ, den ich jetzt schon zweimal abgeschossen habe. Die 40 unter mir. Die hätte ich eigentlich ganz gerne, aber... Ja, der Pilot dachte... Ja, Ibel, alles klar. Ja. Ja, jetzt läuft er runter. Ne, da mache ich aber nicht mit. Wie ist das? Ja, kritischer nur, ne? Doch mal, danke. Schön. Das war gerade wieder Ibel, das war ein richtiger Moment für dich. Dieses Rumwackeln. Da ist dir bestimmt wieder das Herz aufgegangen. Das war den markiert. Das war noch ein dritter, oder? Ich meine die Folge, wo ich... Ah, da ist die P39, glaube ich nicht. Aber erstmal hätte ich die Bremse gar nicht gefinisht. Die... Von Rülf. Er hat eigentlich noch keinen Heck mehr. Mal schauen. Ach, das ist er in seiner P51. 50. Okay. Komm, versuch es. Ja. BP 38. Ja, mal Treffer. War ein bisschen daneben geaimt. Ja. Sauber. Ne, das muss nicht sein. Die 7mm reinzufliegen, das kann ganz schnell tödlich enden. Ach, Treffer. Ja, schade. Ein bisschen Höhen halten. Es war nicht schlau. Mein Motor gelitten. Jetzt habe ich die E1 am Arsch. Kritischer zumindest schonmal. Und jetzt. Absolut. Oh Herr. Genau so läuft das. Nimmst einmal die 7mm, schmeißt sie auf den Gegner und mal gucken, was stecken bleibt. Irgendwann ist der Flieger zu sehen. Nicht zu schwer. Genau so. So, eine F4F gibt es hier auch noch. Das deutet aber auch schön aus. Und da kommt 100. 100. Ja. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Der deift aber runter, oder? Ob ich den snipen kann. Pass auf, jetzt sind zu optimistisch. E2. Den habe ich angezündet. Und die E2 mal sehen. Da habe ich auf jeden Fall seine Hände geschossen. Nur die A36 hat das aber überlebt. Das richtig sehe, oder? Ne, oder auch nicht. Ich blindfisch. Ich blindfisch. Ah, da kommt die E100 wieder. Ja, natürlich geil, wenn ich den kriege. Oh, ein verdammt schnelles Flugzeug für sein Battle Rating. Oh, ein verdammt schnelles Flugzeug für sein Battle Rating. Ich bin hier bei der 1-Bing. Ich kann hier aber auch keine deutschen MG1 1-Bing, sie sind recht. sein es war schön daneben geäumt nein habe ich nicht bearbeitet ich habe es irgendwann aufgegeben nachdem ich irgendwie weiß ich nicht das ding mehrere updates dann immer wieder geupdatet habe und dann wurde es wieder zerlegt haben wir ein bisschen zu aufwendig auf dauer kritischer laden das noch eine b25 spawnt da noch einer was ist jetzt die frage jetzt halte ich mir welche oh ja da ist noch einer gespawnt ja meins 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 und nur noch zwei minuten sparen langsam knapp und da ist noch einer gespawnt gib mir ey es fehlen nur noch es fehlen glaube ich nur noch drei kids ey 30 ist das höchste leicht ey das ist ja mal die richtig hammerrunde die la 5 geht auch noch steigen ey muss das sein p47 da unten wäre natürlich auch eine option was nehme ich denn jetzt das sind gleich 35 abschüsse du fressenwesen 35 zu 0 wäre natürlich echt richtig schmiecke komm nicht schneller f4 ah jetzt kommt die e51 da auch noch ran bist meins 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 brenn ja ja hochzeug zerstört komm nein triple a ich fressenwesen meins ja Nein, nur Treffer Ja Nur noch vier Schuss, ey Nur noch 30 Sekunden Sprit, ey Das ist natürlich extrem bitter Nein, ich hab kein Sprit mehr, nein Ach, fuck my life, ey G-Kill, k-Kill Ja 38 Nicht Respawn, bitte Mann Ja, ja, ja geschafft geschafft oh mein gott 10.000 geknackt 193.000 silber älter oh man